Ja, Hallelüle, Freunde, guten Tag, bis zur Zeitung und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem kurzen, knackigen Video. Ich wollte, und das kommt aber auch das Video, mal mit euch gemeinsam anschauen, wie können wir am besten effektivsten Erfahrungspunkte sammeln. Aber ich denke mal, einige unter euch, genauso wie ich, werden aktuell immer noch ein bisschen Probleme haben mit den CD-Transport-Sommerator-Tram und deren Performance. Das liegt mitunter aber auch vielleicht selber an uns, weil die Hardware nicht die neueste ist, obwohl ich dazu sagen muss, dass meine Grafikkarte laut den erforderlichen Anforderungen vollkommen ausreicht. Denn ich habe eine Nivea GeForce RTX 3060 und insgesamt habe ich 16 GB RAM. Bei CD-Transport-Sommerator-Tram, also bei VueApp, ist die Mindestanforderung immer in eine GeForce GTX 1070 und 8 GB RAM, sowie eine empfohlene Anforderung mit einer GeForce RTX 2080 und insgesamt 11 GB RAM, wenn nicht sogar mehr. Also meine Grafikkarte ist besser als die, die wir wirklich brauchen für ein gutes Spiel. Und trotzdem passiert natürlich bei mir Folgendes. Ich habe jetzt hier alles auf hoch eingestellt, alles komplett hoch geballert, was natürlich nicht sein muss. Wir können natürlich hier und da Sachen einstellen, um das Ganze ein bisschen flüssiger zu machen. Dass es zum Beispiel jetzt nicht auf 60 Frames läuft oder sogar noch weniger, stört mich jetzt persönlich nicht. Für mich sind immer noch die Ruckler, die ein Riesenproblem halt darstellen. Solche Sachen hier. Diese ganzen Ruckler. Und was ich glaube auch zu meinem, was auch noch mitunter ein Problem ist, ist mitunter auch, dass aktuell CD-Transport-Sommerator nicht ganz so gut mit den eigentlichen Grafikeinstellungen umgehen kann. Vielleicht bei den neueren Grafikkarten, weil ich habe jetzt öfter schon gehört, dass gerade ab einer bestimmten Modellnummer das Ganze richtig gut läuft, aber hier irgendwie zumindest gar nicht. Ich kenne es normalerweise so, dass wir zum Beispiel jetzt unter Grafiken jetzt einfach mal gucken, okay, komm, wir können jetzt versuchen, ein paar Sachen runterzuschalten. Ob der Schatten ein bisschen runter, Anti-Aliasing runter schalten oder auch die Sichtweite ein bisschen runter schalten, dann läuft das Ganze schon ein bisschen flüssiger oder sollte zumindest, zumindest sollte es bis hin zu Ruckel frei gehen. Jetzt will ich euch trotzdem mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt mal hier alles komplett runterschalte. Das heißt, Auflösung kostet ja auch Speicher, komplett runter. Wir werden hier wirklich alles ausschalten. Globale Beleuchtung, niedrig. Schatten, niedrig. Anti-Aliasing machen wir natürlich jetzt hier auf Aus. Sichtweite nur nah, also nichts in der Ferne. Textur, niedrig. Effekte, niedrig. Und so weiter und so fort. Und trotzdem kommen die Ruckler. Ja, View-App hat schon zwei Updates herausgebracht, aber deren Augenmerk sind aktuell, ach so, auch hier, Spiegelungsleistung, Einspiegelung pro Bild. Und die machen wir natürlich hier nicht rennen. Das heißt, die werden ausgeschaltet. So, und ihr seht, alles ist runtergeschaltet. Und eigentlich läuft es auch flüssiger, auf alle Fälle. Das schon. Aber, wenn wir jetzt trotzdem losfahren, 20, 30 kmh, so ein bisschen dieser Durstitt, den wir hier fahren, werden wir trotzdem hier und da Ruckler merken. Und das ist wirklich erstaunlich. Hier, solche Sachen. Also, hier ist, hier, Bild auch eingefroren. Also, das ist ganz kurios. Also, äh, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, gut, sehr schön, dass diese Einstellungsmöglichkeiten irgendwie nicht ganz so funktionieren auf bestimmten Grafikkarten. Also, es ist eine riesen Mutmaßung. Warum ich dieses Video auch mache, ist mitunter auch, ich hab mich ja bei Steam so ein bisschen durchgelesen. Deswegen, das Spiel ist so richtig geteilter Meinung. Ich versuch da neutral zu sein, weil ich einfach finde, das Spiel hat Potenzial. Ich find's natürlich ein bisschen schade, dass auch wenn wir im Early Access sind, natürlich viele hier Abstriche machen müssen, obwohl sie bestimmte Anforderungen erfüllen oder immer mal die größten Anforderungen erfüllen, aber irgendwie Grafikkarten, die unterkonfiguriert ist. Zum Beispiel Leute, die eine AMD-Grafikkarte haben, die haben genauso wie bei Trams immer einen riesen Nachsehen. Jetzt hab ich aber einen Kommentar gelesen, da ging's so ein bisschen darum, ja, ähm, wenn die Leute nicht die Mindestanforderungen erfüllen, dürfen sie keine Reviews machen. Das ist ja alles schön und gut. Das Problem ist aber immer, es wird immer so ein bisschen dargestellt, dass bei mir läuft's super, bei den anderen nicht. Also haben sie die Mindestanforderungen gar nicht erst erfüllt. Dementsprechend erzählen die nur Quatsch und, äh, dürfen gar keine Bewertungen, äh, überhaupt schreiben. Das ist ja gar nicht so der Fall. Viele haben wirklich in den Bewertungen geschrieben, dass sie zum Beispiel Anforderungen erfüllen, dass sie die und die Grafikkarte haben. All das, was zu diesen empfohlenen Anforderungen dazugehört, haben sie im Endeffekt geleistet und getätigt. Und trotzdem läuft das Spiel, genauso wie bei mir, in keinster Weise gut. Ähm, da muss sich auf alle Fälle was ändern. Ich hatte auch mir mal angeguckt, über einen Taskmanager, wir haben einen Arbeitsspeicherverbrauch teilweise von über 4 Gigabyte. Und das Ganze ändert sich sogar gar nicht. Also aktuell, ihr könnt das leider wahrscheinlich erst gar nicht sehen, aktuell haben wir immer 3 Gigabyte. Das ist schon mal gut. Das Spiel lief also schon mal so ein bisschen. Aber, ähm, das Spiel kriegst dich richtig hin, die Einstellungen so zu ändern, dass es auch gut für den Computer ist. Zum Beispiel, ich hab jetzt hier von sehr hoher Einstellungen zu etwas niedriger Einstellungen gestellt und trotzdem lief das Spiel die nächsten paar Sekunden, paar Minuten immer noch mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicherverbrauch. Währenddessen zum Beispiel bei einem Sub-Race in Hamburg, auch ein Spiel, das über, oder mit der Unreal Engine 5 läuft, gleich am Anfang an nur ein Arbeitsspeicherverbrauch von 3,3 Gigabyte ist. Und sobald wir aber auch die Einstellung komplett auf Niederschalten wie hier, dann geht das richtig massiv runter. Und dementsprechend läuft das Spiel ja auch. Hier ist immer noch ein Problem, manche Grafikkarten, die sind dafür nicht konfiguriert für dieses Spiel. Das merkt man sofort. Ich hab ja schon angemerkt, was mir am meisten aufwärts ist, wenn KI-Fahrzeuge fahren, wenn wir fahren, dann hat das Spiel arge Probleme. Und das merken wir einfach auch mitunter, dass selbst bei aller niedrigsten Einstellungen das Bild anfängt zu springen, beziehungsweise zu ruckeln und hier und da. Also da muss sich einiges ändern. Wie gesagt, U-App hat schon zwei Updates herausgebracht, aber aktuell ist hier ein Augenmerk Bugs. Und das ist ja auch richtig. Aber ich denke mir so, manche Bugs müssen nicht unbedingt sein. Versucht es erst einmal mit der Performance. Das wäre eine schöne Sache, denn wir wissen ja alle, es sind in der Roadmap zwei große Haltestellen geplant, beziehungsweise Hals, wie auch immer sie es nennen, in dem neue Sachen kommen. Neue Straßenbahnen, NPCs, die jetzt hier auch wirklich in der Stadt hier verkehren, also Fußgänger. Aktuell sind sie nämlich nur in Haltestellen und an öffentlichen Plätzen, wie vielleicht, keine Ahnung, wo Bänke sind oder so. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwelche sehen kann. Manchmal sind sie auch NPCs, aber so frei rumlaufen, tun sie, wie wir es vom Tramsem aus kennen, noch nicht. Das soll später kommen. Jetzt denke ich mir aber, wenn aktuell die Performance auf einigen Grafikkarten, die aber euren Anforderungen erfüllen, nicht läuft, weil ihr vielleicht eine beschriebene Grafikkarte oder das Spiel entwickelt habt, dann sollte man da vielleicht erstmal ein Augenmerk drauf fassen, dass auch die anderen Grafikkarten laufen, besonders hier AMD-Grafikkarten. Ich glaube, das würden den Leuten richtig schmecken, denn gerade die Leute mit einer AMD-Grafikkarte, man sagt immer, die machen wir was anderes oder hier oder da. Wenn die aber zu 99% andere Spiele gut finden, dann ist es vollkommen, oder bei denen gut läuft, dann ist es ja vollkommen legitim, dass sie dann sagen, hey, bei euren Spiel läuft es nicht, bei anderen Spielen läuft es alles wunderbar, aber bei eurem Spiel nicht. Und das war angeblich auch schon beim Tram-Sem so gewesen, dass es da Probleme bereitet hat. Wir hoffen mal, dass da ein bisschen aufgewertet wird. Also von daher, eine bestimmte Einstellung gibt es jetzt hier bei mir nicht. Ich kann euch doch auch keine großartigen Tipps geben, auch ein bisschen schade, sonst kenne ich es von keinem anderen Spiel, das halt wirklich so extrem ist, dass man wirklich jetzt sagt, egal welche Einstellung ich fahre, und es gibt halt wirklich diese Spiele, die fressen extrem viel Ressourcen. Ich glaube, der City-Transport-Simulator frisst einfach ungewollt viel zu viel davon. Unreal Engine 5 hin oder her, das ist einfach unnötiger Arbeitsspeicher und auch teilweise CPU-Verbrauch, was dieses Spiel hat und damit aber auch nicht umgehen kann. Weil, ich kenne es halt von anderen Spielen, da ist zum Beispiel für mich immer gängig Anti-Lasing, einfach mal ein bisschen runter schalten, mitunter auch den Schatten runter schalten und schon läuft das wesentlich flüssiger, dann seid ihr auf alle Fälle mindestens über 30 Bilder pro Sekunde. Hier bei mir persönlich aktuell nicht. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, nein, ich habe nicht die allerbeste Hardware, aber ich kenne es von anderen Spielen, da läuft es wesentlich besser und es wesentlich besser auch einzustellen, hier leider Gottes nicht. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, gerade die Leute, die vielleicht aktuell Probleme haben damit. Guckt einfach mal, wir werden uns natürlich jeden Tag angucken, ob WIRB irgendwas Neues herausbringt und dann können wir uns das auch mal anschauen und gucken und hoffen, dass das Ganze ein bisschen flüssiger läuft. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss, Sikorski.